Die Krankenhäuser müssen sich verändern, weil die Medizin sich verändert und für unser Krankenhaus haben wir das Profil der Orthopädie aufgegriffen und haben es jetzt weiterentwickelt zu einem Zentrum, wo alle Erkrankungen des Bewegungs- und Gelenkapparates behandelt werden können. Wir haben enorme Ausstattungskraft auch bekommen durch unsere medizinischen Angebote, die wir haben, ganz besonders durch die orthopädischen Angebote kommen viele Patienten von weit her, um hier sich ganz besonders in der Endopothetik behandeln zu lassen. Zudem kommt hier ein sehr liebevolles Pflegepersonal aus der Region selbst, die in ihrer, sagen wir mal, bescheidenen Art und Weise sich auf das konzentrieren, was sich ein Arzt auch wünscht für seine Patienten, nämlich Menschlichkeit und Fürsorge. Wir können bestimmt nicht immer alles heilen, aber wir können das Leben mit der Krankheit manchmal viel, viel angenehmer machen. Das Professionelle in der Pflege liegt, glaube ich, wirklich daran, das Miteinander abzuschätzen, die Gesamtheit des Patienten zu sehen. Und genau das zu sehen, das merken die Patienten im Zwischenmenschlichen ganz schnell. Es geht ja immer um die Frage, wie kann ich mich entwickeln? Also die Standardpflege hat sich gewandelt. Wir kreieren neue Berufszweige. Poolsystem heißt, dass ich ganz, ganz viele Kollegen habe, die interdisziplinär einsetzbar sind. Die sind alle miteinander verknüpft und der Patient hat das Gefühl, ah, die habe ich schon mal gesehen. Die Lausitz und die Stadt Guben an der Grenze, finde ich, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin eine Brückenbauerin und eine Netzwerkerin. Ich führe diese Koordinierungsstelle, unser internationales Patientenbüro. Wir betreuen oder koordinieren die Behandlung der internationalen Patienten von Anfang an bis zur Entlassung. Der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr ist Sonne, gibt Wärme, gibt aber auch Licht, dass man den Weg erkennt, den man gehen kann. Ganz besonders zu Mitmenschen und dass man den Mitmenschen sieht als Geschöpf Gottes, der eine bestimmte Würde hat. Wer hier bei uns sich behandeln lässt, hat immer auch die Möglichkeit, Kirche zu erleben. Wilkes war damals auch die Sorge um die Kinder wichtig. Deshalb haben sie mit dem Kinderkrankenhaus auch gleich einen Kindergarten gestiftet, der heute noch hier zum Stift gehört. Wir haben eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Also wir versuchen, für den ganzen Menschen da zu sein und ihnen auch zur Seite zu stehen. Da gehören wir zu den wenigen Häusern in Brandenburg, die das Qualitätskriterium einer Maximalversorger für Endoprothetik erfüllen. Das ist keine Standardversorgung mehr. Zusätzlich ist es natürlich für uns wichtig, dass wir durch die Anwesenheit eines Schulter- Endoprothesen-Zentrums und da gibt es nur 30, was die Qualität als auch diese Zentrenbildung überhaupt angeht. Und das hier vor Ort, wo die Leute möglicherweise das gar nicht so erwarten. Wir sind stolz darauf, dass wir durch diese neue Struktur nicht nur als Pilot in der grenzübergreifenden Versorgung uns darstellen, sondern wir wollen vor allem auch Pilot für die regionale deutsche Versorgungslandschaft sein.